Die Unikreditochter Bank Austria wird ihren Neukunden künftig keine Guthabenzinsen auf Bankeinlagen bei Girokonten zahlen. Diese Neuregelung trat am Montag in Kraft. Für Bestandskunden gilt nach wie vor der Zinssatz von 0,125 Prozent, berichtet die Presse. Für Neukunden gelten auch neue Bestimmungen bei Kontoüberziehungskrediten. Der Sollzinsatz wird von 9,5 auf 7 Prozent gesenkt. Der Sollzinshöchstsatz für Neukunden wird ebenfalls von 13,25 auf 11,5 Prozent gesenkt. Dies ist ein weiterer tiefer Einschnitt in der Schuldenkrise, in Österreich wurde zuvor bereits die staatliche Einlagensicherung abgeschafft, damit haften künftig nur noch die Banken für die Guthaben der Spare. Österreich agierte wegen des Bankenkrachs in der Eurozone bereits hier als EU-Vorreiter. Die EU hat dieses Vorgehen ebenfalls in einer Richtlinie beschlossen. Die Schuldenstaaten der EU verschärfen insgesamt den direkten Zugriff auf die Bankkonten der Bürger. In Österreich werden nun in einem zentralen Kontoregister alle Firmenkonten und privaten Konten erfasst. Deutsche Steuerpflichtige mit Konten in Österreich sind ebenfalls vor dieser Neuregelung betroffen. Die IWF warnte in einem Bericht bereits davor, dass schon die kleinste Krise in der Welt kann zu einem Gras führen kann. Der Bericht stellt den bisherigen Bemühungen der Banken, einen Gras zu verhindern, ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. In einer Mitteilung meldete die österreichische Bank dennoch, dass sie im ersten Quartal einen Gewinn von 198 Millionen Euro einfahren konnte. Trotz der Konjunkturschwäche soll es ein solides Ergebnis im operativen Kundengeschäft gegeben haben. Das Kreditvolumen legt im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent auf 117,5 Milliarden Euro zu. Kundenanlagen wachsen hingegen sowohl in Österreich als auch in CE im Vergleich zur Vorjahresperiode überdurchschnittlich stark um 11,0 Prozent auf 106,2 Milliarden Euro, so die Bank. Die Bank Austria hatte am Mittwoch die rumänische Unikredits-Tirac Bank fast vollständig übernommen. Die Österreicher gaben den Kauf von weiteren 45 Prozent von Tirac bekannt und halten damit insgesamt 95,6 Prozent.